Bahnsteig 1 S1 nach Dien-Meigling fährt ein Liebe Fahrliste, Zugverbindungen dieses Bahnhofs sind aktuell von Mauerarbeiten betroffen. Es kommt zu geänderten Fahrzeiten oder Zugausfällen. Bitte prüfen Sie Ihre Verbindung vor reise Antrieb online oder telefonisch unter 05 17 17. Dear passengers, train connections from this station are currently affected by construction work. There are change travel times or train cancellations. Please check your connection online before you travel on 05 17 17. Bahnsteig 1 S1 nach Dien-Meigling fährt ein Bahnsteig 1 S3 nach Dien-Meigling und weiter nach Möigling über E-Sing fährt ein Liebe Fahrgäste, Zugverbindungen dieses Bahnhofs sind aktuell von Mauerarbeiten betroffen. Es kommt zu geänderten Fahrzeiten oder Zugausfällen. Bitter prüfen Sie Ihre Verbindung vor reise Antrieb online oder telefonisch unter 05 17 17. Dear passengers, train connections from this station are currently affected by construction work. There are change travel times or train cancellations. Please check your connection online before you travel on 05 17 17. Bahnsteig 2 Rechs 1 nach Mien-Martister-Starn über Wien-Mitte fährt ein Bahnsteig 1 Box przexis X-A1 nach Wien-Meigling fährt ein Bahnsteig 1 S1 nach Wien bei Wien fährt ein. Bahnsteig 2 S2 nach Wien, Floridsdorf und weiter nach Wolkersdorf über Wien Mitte fährt ein. Bahnsteig 1 S1 nach Wien bei Wien fährt ein. Bahnsteig 2 Rechts 3 nach Wien, Floridsdorf und weiter nach rechts über Wien Mitte fährt ein. Bahnsteig 1 Liebe Fahrgäste, Zugverbindungen dieses Bahnhofs sind aktuell von Bauarbeiten getroffen. Es kommt zu geänderten Fahrzeiten oder Zugausfällen. Bitte prüfen Sie Ihre Verbindung vor Reiseantrieb online oder telefonisch unter 05 17 17. Bahnsteig 2 Es fährt nach Wien, Floridsdorf und weiter nach Absdorf, Hebersdorf über Wien Mitte fährt ein. Bahnsteig 2 Bahnsteig 2 S1 nach Wien, Floridsdorf und weiter nach links über Wien Mitte fährt ein. Bahnsteig 1 S2 nach Möking über Wien Mitte fährt ein. Bahnsteig 2 Bahnsteig 3 S2 nach Wien, Floridsdorf und weiter nach links über Wien Mitte fährt ein. Bahnsteig 3 S2 S2 S3 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 S3